Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um das E-Bike aus dem Hause VezoCraft. Wenn du noch unsicher bist, ob dieses Elektrofahrrad für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon-Angebot zum Elektrofahrrad werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Seit einigen Jahren sind Elektrofahrräder im Trend, wenngleich sie nicht jedermanns Sache sind. Das ist wirklich eine Geschmacksfrage. Durchaus ein kontrovers diskutiertes Thema in der Fahrradgemeinschaft. Ich würde sagen, dass ein Elektrofahrrad die Radtouren erleichtert. Und so kann man eben selbst überlegen, will ich das so eine Erleichterung der Radtour mit einem Motor oder will ich das nicht? Und so gibt es eben Fahrradfreunde, die sagen genau das Richtige. Ich will mich da einfach ein bisschen entspannen im Vergleich zu einem Fahrrad, was eben nicht diese Motorunterstützung bietet. Andere Fahrradfreunde sagen sich, ich brauche das nicht. Deswegen ist das ein kontroverses Thema. Ich finde E-Bikes haben durchaus eine Daseinsberechtigung, wenn man eben der Typ dafür ist. Preislich finde ich interessant, was hier aus dem Hause Vezocraft geboten wird. Für ein E-Bike mit diesem Ausstattungsgrad würde ich das als ein faires Angebot bezeichnen. Das ist meine Einschätzung. Ob es für dich das passende Elektrofahrrad ist oder nicht, das kannst du natürlich alleine entscheiden. Es gibt einige E-Bikes auf dem Markt. Also schau einfach mal in Ruhe und Frieden, welches am besten zu deinen Vorstellungen passt. Hier ist ein 250 Watt Motor vorhanden. Das ist zu dem Preis, wie ich finde, schon recht stark. Damit kann eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 25 kmh erzeugt werden. Das klingt im Vergleich zu einem Auto meistens nicht so schnell. Aber auf einem Fahrrad, habe ich das Gefühl, fühlt sich das durchaus sehr schnell an. Also wenn ich auf einer Radtour bin, bin ich eigentlich selten auf der Geschwindigkeit von 25 kmh unterwegs. Aber klar, es ist immer eine Frage, ob man jetzt Lust drauf hat oder nicht. Ich bin da immer ein bisschen entspannter bei meinen Touren. Aber 25 kmh, die man mit so einem E-Bike schon rausholen kann, bin ich der Ansicht, reicht. Aber meiner Einschätzung, ob du sagst, hey, das reicht mir oder nicht, kommt halt auf deine Touren an und so weiter und so fort. Designtechnisch sieht es recht cool aus, wie ich finde, irgendwie fresh und modern. Passt eben zu diesem Mountainbike-Look, ja. Und auch wieder eine Geschmacksfrage, ob du das schön findest oder nicht. Was haben wir hier? 27,5 Zoll von der Größe. Auch sehr interessant zu wissen. So, 36V 10.4 AH Samsung-Akku, kann sich sehen lassen. So hat man insgesamt eine Reichweite von ca. 60 bis 85 km. Ja, so kannst du eben idealerweise einschätzen, reicht das für deine Touren aus oder nicht. Für einen E-Bike, also wenn ich das mit anderen E-Bikes vergleiche, die ich mir bisher so angeschaut habe, finde ich ist das ein guter Wert. Aber, ja, kommt halt auf deine Touren an. Was haben wir hier noch? 8-Gang-Schaltung von Shimano würde ich auch als eine hochwertige Komponente bezeichnen. LCD-Display hast du hier auch. Ja, ist halt sehr, ja, alles sehr hoch technologisiert sozusagen, so ein E-Bike. Finde ich cool, dass auch sowas vorhanden ist. Produktinformationen und Eigenschaften kannst du dir selbst alle nochmal in Ruhe und Frieden auf der Angebotsseite von Amazon durchlesen. Für ein E-Bike mit diesem Funktionsumfang und diesen Komponenten würde ich das insgesamt betrachtet als ein faires Angebot bezeichnen. Aber ob du jetzt sagst, das ist das passende Elektrofahrrad für dich oder nicht, in der Tat deine freie Entscheidung. Wie bereits gesagt, alleine das Thema Elektrofahrrad an sich ist ein wirklich heiß diskutiertes Thema in der Fahrrad-Community. Da kann man nicht sagen, hey, zu dir passt das, zu dir passt das nicht. Das ist wirklich eine Sache deiner Entscheidung. Ich kann mich hier in erster Linie auf das Preis-Leistungs-Verhältnis beziehen und auf mich macht das einen fairen Eindruck. E-Bikes sind natürlich meistens ein bisschen teurer als die klassischen Fahrräder, wobei es da auch wieder drauf ankommt, mit was man es vergleicht, ganz klar. Und ja, kannst du halt als Fahrradfreund idealerweise selbst überlegen, will ich diesen Betrag für meine Leidenschaft, für mein vielleicht Hobby des Fahrradfahrens ausgeben oder nicht. Da gibt es eben Leute, die sagen, genau das Richtige für mich und für andere ist es vielleicht nicht so gut geeignet. Aber in Sachen Ausstattung, finde ich, ist das schon ein fairer Preis. Wie bereits gesagt, meine Einschätzung. Mach dir doch noch dein eigenes Bild zum E-Bike aus dem Hause Wezo Craft. Das Amazon-Angebot verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass ich dir mit meinem Video weiterhelfen konnte. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir eine angenehme Radtour. Alles Gute. Ciao.